Yo Leute, Willkommen zurück zu ARK und... Achso, ich wollte kurz sagen, das sieht aus wie eine Schlange. Ich habe einen Raptor getamed, der jetzt heißt... Knife, keine Ahnung. Ich benenne die jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung. So, da ist immer noch meine Leiche. Wird die jetzt für immer da liegen? Bis ich da alles gelootet habe, oder was? Ähm, stimmt. Ich wollte einmal gucken... Äh... Äh, okay... Okay... Müssen wir mal gucken. Ähm, achso, Knife. Stimmt. Behaviour. Erstmal Enable Wandering. Äh, dann... Das. Dann... Was wollte ich denn noch... Stimmt. Behaviour... Passive. Okay. Wir suchen... Den vierten Raptor. Der hier rumgelaufen ist. Hier ist auf jeden Fall noch ein Raptor rumgelaufen. Das weiß ich... Und den suche ich gerade. Ja, als ob das jetzt so tragisch wäre. Äh... Äh... Okay. Die machen dann auch gar nichts damit. So... So... Was haben wir denn noch hier? Das ist ein Stein. Achso, ja, das kann man so tamen. Äh... Ne... Brauch' ihr alle nicht. Ich will Raptoren. Ich will die geilen Raptoren. Ich glaube, inzwischen versteht man auch... Warum... Warum ich gesagt habe, ich werde wahrscheinlich so... Äh... Drei Monate lang ARC spielen. Weil... Irgendwie... Ich bin zu blöd, um ARC zu spielen. Oh! So... Also so oft wie ich in den letzten... Äh... In den letzten... Ich glaub zwei, drei Folgen gestorben bin. Es geht auf keine Quote. So... Ähm... Hab ich genug? Ja, hab ich. Weil ich würde gerne... Zack. Hallöchen. Ich würde gerne... Oh... Du bist gut. Du bist gut. Ja, komm. Schlag'n Haken in die Wand rein. Da ist es. Okay. Okay. Ja... Ey, ich hab dir was zu essen gegeben. Bleib hier. Okay. Verdammtes Drecksviech. Vor allem... Ich hab grad gesehen, wie viel das nur ausmacht. Ich muss das Ding nieder... Knöppeln. Jawoll! Ja... 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 Komm, pack dich irgendwo fest. Irgendwo musst du doch... Mal hängen bleiben. Schade. Könnte sein, dass das meiner war. Oder... Okay. Den krieg ich niemals. Ähm... Ich könnte meinen Movement Speed weiter hochdrücken. Oder... Das machen. Okay. Weiter im Text. Ähm... Ja... Ja... Wäre... Inzwischen ziemlich sinnvoll. Für mich. Ja... Nehmen wir den mal. So... Komm her. Ach... Scheiße. Ich wusste sogar, dass hier irgendwo was ist. Toll. Lass mal hier weg. So weit wie es nur irgendwie geht. Dann gucken... Dass ich da nicht wieder reinlatsche. Tsk. Da rennt das blöde Drecksviech. Zack. Nicht auf den Großen schießen. Okay. Ne. Alter... Wie soll ich denn das dumme Viech kriegen? Ne, 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 ne. Bleib doch mal in der Wand da drin stecken. Ach verdammte Scheiße, ey. Okay. Ist das eine scheiß Arbeit, die Viecher zu fangen. So. Äh... So. Alter, es ist doch für einen Normalsterblichen unmöglich, so ein Viech zu fangen. Na, okay. Gut. Darauf geschissen. Wir gucken mal lieber, wo meine... meine anderen Viecher sind. Hi. So. Du, Blo. Stehen. Okay. Satch, das kannst du haben. Die brauche ich gerade nicht. Okay. So. Einmal hier runter. Und dann... können wir... Mal... schauen, ob wir... die anderen Raptoren auf jeden Fall mal wieder finden. Äh... Ich wollte gerade sagen, das ist ein riesen Viech. Äh... Jo. 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 Ich wollte es gerade sagen, das ist doch eigentlich ein riesen Viech. Ja. Ich kannte es nicht. Ich wusste, dass der Basilisk eine riesen Schlange ist. Aber ich wusste nicht, dass der so aussieht, beziehungsweise so im Boden versinkt dann. Verdammte Axt, ey. Okay. Okay. Da hinten ist der Basilisk. Den ich definitiv nicht herausfordern werde. Ist zwar schön... dass der da ist... Ist auch ein Viech, was ich auf jeden Fall haben möchte. Aber... Wenn ich den jetzt schon haben könnte... Äh... Beziehungsweise... jetzt schon getamed bekommen würde... Alter, dann wäre ich echt gut. Ich glaube kaum, dass man den mit... einem Holzknöppel... überhaupt in einer vernünftigen Geschwindigkeit... getamed bekommt. Beziehungsweise... bewusstlos bekommt. Fuck. Das kann natürlich sein, dass der festhängt. ziemlich unwahrscheinlich... ziemlich unwahrscheinlich... ziemlich unwahrscheinlich... auf jeden Fall. Äh... Ich versuche mal mein Glück. Okay. Das ist ein Alpha... Ups. Ja, okay. Das ist okay. Random Location. Äh... Ja. Was soll ich machen? Also... Eigentlich... Eigentlich habe ich keinen Bock... die Sachen jetzt schon wieder neu zu nehmen... zu suchen, aber... ich komme nicht dran. Also... ich muss... die Sachen... wieder... neu suchen. So... Bei mir bleibt gar nichts anderes übrig. Äh... Achso. Okay. Nein! Ach, shit. Jetzt habe ich zwei Äxte. Oh, Hammer! Hammer, 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 Hammer! Hammer! Behaviour... Disabled Wandering. Ich glaube schon hier. So... Wo ist mein... mein... zweiter... Ah... What? Äh... Dafür fehlt mir die Halt. Moment. Da... haben wir genug von. Zack. 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 Dann machen wir mal ein paar Speere. So... Zack. Ja, ja. Musste aufpassen. Zack. Ja, es ist okay. Wir verpissen uns schon. So. Da hinten ist der dummer... dummer... Baselisk. Ey, ganz ehrlich. Was soll der Scheiß? Warum kommt der im Startgebiet? Oh, scheiße. Ja, ich habe... Äh, ich habe ihn gesehen. Als ich drüber gelatscht bin, habe ich ihn gesehen gehabt. So, erstmal stehen bleiben, damit ich nicht in noch einen reinlatsche. Hallo, Hammer. Äh, du fahrst nicht, was ich da gerade gemacht habe, ne? Wie oft? Ah. Achtmal. So. Back. Äh... So, dann... kriegst du... Movement Speed. und dann... Behaviour... Aggressive. Jawoll. So. Einer von uns kommt von hinten, der andere von vorne. Ja, dann kriegen wir den. Wenn der jetzt nicht genug für einen Sattel gibt, ne? Dann zweifle ich langsam an dem Spiel. Oh, shit. Einer meiner Speere ist gebrochen. Ja. Ich wollte dich erzählen, aber du hast mich die ganze Zeit umgest... gestoppt. Deswegen... Boah. Schön. Prime Fleisch. Wir haben Prime Meat bekommen, Kollege. So. Wir haben Prime Meat bekommen. Moment. Behaviour... Passiv abhauen. Nee. Nee. Ich brauche Holz wahrscheinlich, ne? Das Holz, was ich brauche. Gehe ich ganz schwer von aus. Ja. Und den kann ich auch schon. So. Hallo. Mr. Scorpion. Hau ab, hau ab, hau ab. Nicht kämpfen. Abhauen. Okay. Und für sowas haben wir extra das hier besorgt, weil das verdirbt superschnell, man sieht's ja auch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, okay, jetzt können wir uns eben um den Sattel kümmern. Oh, ich hab nicht genug Halt, ehrlich nicht. Komm schon, das Prime-Meet, das muss es jetzt aber bringen, ey. So, ähm, da oben war irgendein Viech. Wie viel? Ja, ja. So. Äh. Poison. 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 Accept. Gibt's für die einen Sattel? Das würde mich mal wirklich interessieren. Wie heißt das Viech? Äh, du bist ein Pulmon... Pulmono. Keine Ahnung. Pulmono. Werde ich einfach nachgucken. Und... Und... Dann... Vielleicht einen finden. Äh... Da-da-da-da-da-da. Pachi. Trike. Raptor. Pulmono. So. Sehr schön. Eventuell habe ich mich da gerade verklickt. Ach, Quatsch. Und da schon wieder. Im Übrigen. Ah. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob der schon da drin ist. Oder drin war. Also jetzt ist er ja auf jeden Fall drin. Uh. Ich bin hier mal gestorben. Äh... Fibers... Speere kann ich eigentlich immer gebrauchen. Zehn Stück habe ich da schon. Ähm... Okay. Ansonsten... Die Narcobörn kann ich mitnehmen. Ah. Ich wollte gerade sagen, das ist nur ein dekorativer Sattel. Oh. Da haben wir halt. Nicht mal so wenig. Ähm... Nee. Okay. Haben wir irgendwie die Möglichkeit, jetzt nen Sattel zu nehmen? Ja. Wir können den Raptor reiten. Wir können den Raptor... Besteigen. Bittchen. Right. Der ist überladen. Äh... Access Inventory. Was ist das denn? Okay. Und wie viel Gewicht... Äh... Äh... Der trägt 40, wenn ich das richtig sehe. Warum... Ach, Moment. Weil ich zu schwer bin dann. Weil ich noch zu schwer bin. Äh... Verstanden. Oh nein, das sind diese Hyänenviecher. Mitkommen. 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 Fick dich, ey. Okay. Äh... Behaviour... Attack my target. Hammer, wo bist du? Behaviour... Attack my target. Auf geht's. Jetzt geht's los. So. Du blödes Mistviech. Ja, haben wir. Haben wir hingekriegt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Achtung. Hier geht's los. Ich seh nix. Bitte lass die nicht sterben, die beiden. Gott im Himmel, ey. Was mich diese Mistviecher schon gekillt haben. Äh... Also die Viecher haben mich schon so oft jetzt gekillt. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ich muss hier wirklich mal ein Lager aufbauen. Irgendwo... Dass ich immer schön direkt beim Spawn... Und gib ihm... Kann ich mir die Sachen direkt wiederholen. Weil das wird jetzt noch öfter passieren, glaub ich. Also ich hab's noch nicht erlebt, dass ich so oft in Ark gestorben bin. Ich weiß jetzt schon, wenn... Wenn ich dann irgendwann mal Staffel 2 spielen sollte... Äh... Werde ich nicht hier auf diese Map gehen. Definitiv nicht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich hab auf der Standard Map... Also auf... Ich glaub Center heißt sie... Äh... Wirklich immer das Dümmste gemacht. Nämlich ins Meer gegangen. Und bin da... So selten gestorben. Äh... Das ist der Wahnsinn. Leute wenn es euch gefallen hat, liked da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Ark. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.